Freunde, im heutigen Video haben wir Rainbow Friends Chapter 2 zusammen mit der Lamy Army gespielt. Und Freunde, im Video haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Challenge gemacht, damit das alles ein bisschen schwieriger ist. Also Freunde, schaut das Video unbedingt bis zum Ende, gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch so das Abenteuer beginnen. Und let's go, Freunde, wir sind hier auf jeden Fall in Rainbow Friends Chapter 2 mit der ganzen Lamy Army. Ey, Leute, was geht ab, Mann? Freunde, wir könnten auch theoretisch direkt im Video eine kleine Challenge starten. Und zwar die Nicht-Verstecken-Challenge. Das heißt, wir dürfen nicht hier so sus tanzen. Nein, Freunde, tanzen dürft ihr alle. Aber ich würde sagen, ich darf in diesem Video kein einziges Mal diesen Karton hier anziehen, Leute. Guckt euch mal meinen Steinkarton an. Leute, ich bin ein Stein. Also ja, Freunde, wie gesagt, wir werden uns heute kein einziges Mal verstecken, sondern versuchen, das Ganze so zu überleben, indem wir einfach weglaufen. Ich hoffe mal, wir laufen jetzt irgendwie nicht blue in die Arme oder so. Und Moment mal, ich habe erst mal Lust, eine kleine Runde Mario Kart zu spielen. Okay. Moment mal, wir werden ein Rennen mit mir machen. Und Zoe, let's go, Freunde. Ja, Freunde, Moment mal, genau so spielt man Rainbow Friends. Richtig. Nein, der hat mich überholt. Nein, der hat mich überholt. Oh, Mann. Wartet mal, Freunde, ich überhole den. Ich überhole den noch. Komm schon. Nein, nein, nein. Ey, nein, der ist einfach viel zu gut. Oder, Freunde, vielleicht? Komm schon. Komm schon. Nein. Oh, Mann, der ist ein Profifahrer. Okay, du hast gewonnen, mein Freund. Ich habe verloren. Und, naja, dann suchen wir einfach mal die restlichen Glühbirnen. Äh, was macht ihr zwei denn hier, die kleinen Sassie-Pupsis? Oh, Mann. Okay, machen wir einfach mal weiter. Wir gehen mal hier durch. Und ich hoffe mal, die Lamy Army überlebt das Ganze hier. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr eigentlich Rainbow Friends Chapter 2. Und, Moment mal, wie viele Runden habt ihr davon gewonnen? Und, nein. Oh, mein Gott. Da wurde gerade jemand erwischt. Ali Killer Frost YouTube. Oh, Mann, Freunde, wir gehen einfach mal weiter ganz schnell. So. Okay, wir sind durch. Zwei von der Lamy Army wurden also schon geschnappt. Ei, ei, ei. Leute, lasst euch doch nicht so einfach erwischen, Mann. Ja, ich glaube... Oh, da vorne haben wir Blue. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Leute, wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Moment mal, Blue. Warum willst du mich angreifen? Ich bin doch auch ein kleiner Blue. Wir sind doch Brüder. Wir sind die Blue-Brüder. Oh, Leute, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich mal ein bisschen schneller weglaufen. Oder wir nehmen einfach mal hier Trick 17. Diesel-Blight und Joey Blue. Okay, wo haben wir denn noch ein paar Glühbirnen? Oh, oha. Hier haben wir schon alle Glühbirnen gesammelt. Okay, sehr gut. Kommen wir zur nächsten Stage. Und zwar müssen wir jetzt 15 Gaskanister finden. Und ich glaube, jetzt ist noch ein weiteres Monster hier. Oh, oh. Nicht nur Blue, sondern Green ist jetzt auch hier, Freunde. Oh, 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 oh. Leute, wir gehen einfach mal in diese Richtung hier. Oh, da waren wir doch eh noch nicht drin, oder? Oh, 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 oh. Lass uns erst mal eine Runde Mario Kart spielen. Sweet. Leute, so spielt man Rainbow Friends. Nein, Spaß, Freunde. Wir müssen jetzt mal wirklich hier mal ein bisschen mithelfen. Wir haben immer noch null Kanister gefunden. Ah, ja, ja, ja. Okay, ich glaube, hier in diesem Raum, wo Purple ist, da ist, glaube ich, immer ein Gaskanister. Moment mal. Und zwar ganz genau. Oh, 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 oh. Leute, aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, Leute. Oh, mein Gott. Die laufen hier einfach rum. Ich laufe einfach mal in diese Richtung hier. Hä? War hier nicht eigentlich immer ein Gaskanister? Oh, mein Gott. Hä? Okay, Leute. Irgendwie habe ich noch nichts gefunden. Also, ich fühle mich bis jetzt irgendwie schon ein bisschen, ja, nutzlos. Ey, Leute, es tut mir so leid. Ich bin hier gar keine große Hilfe für euch. Lami, Armi, mach hier wirklich alles alleine. Oh. Ey, Blue, was geht ab, mein Freund? Okay, Leute, wir gehen mal lieber rein. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Denn, Freunde, nicht vergessen, wir dürfen uns natürlich nicht verstecken in unserem Karton. So. Und wir brauchen auch nur noch zwei Gaskanister. Und dann, oh, haben wir die Stage gewonnen. Okay, sehr gut, Freunde. In dieser Stage müssen wir jetzt zehn Lukis finden. Und, Leute, ohne Witz, diese Lukis sind so süß. Mua. Oh, Mann. Okay, Leute. Oh, mein Gott. Okay, wir gehen jetzt lieber mal in diese Richtung hier wieder. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Hm, vielleicht sollte ich erstmal eine Runde Mario Kart spielen. Ja, sweet. Ey, pass mal auf, wo du hinfährst. Oh, mein Gott, ich kann kein Auto fahren. Hallo. Hallo. Einmal bitte weiterfahren. Hey, weißt du was? Ich fahre einfach in die andere Richtung. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hä, was macht der denn hier? Auf einmal ist Blue hier. Ähm, Blue. Na? Willst du vielleicht eine Umarmung oder so? Hallo? Oh, mein Gott. Toll, Leute. Was machen wir jetzt? Wir sind hier einfach alle eingesperrt von Blue. Okay, Leute. Komm schon. Nein, ich komme noch nicht vorbei, oder? Oh, mein Gott. Hä? Der fährt einfach mit dem Auto raus. Okay, meine Chance. Ah. Okay, Leute. Weiter geht's. Wir brauchen auch nur noch zwei Lukis. Ich hoffe mal, ich finde jetzt irgendwo einen. Hallo? Luki? 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 Bist du hier vielleicht irgendwo? Nee, Freunde. Ich glaube, hier ist leider kein Luki. Wir brauchen aber nur noch einen einzigen. Ich hoffe mal, die Lami-Army hat den. Ey, Leute. Leute, ich habe einfach bis jetzt kein einziges Teil gesammelt. Also, ja. Tut mir leid, Leute. Ich bin echt keine große Hilfe. Aber hier finde ich jetzt den letzten Luki. Ähm. Oder auch nicht. Toll. Okay, Freunde. Aber die Lami-Army hat auf jeden Fall die Stage gemeistert. Ich würde sagen, wir stimmen mal ab hier. So. Okay. Letzte Stage. Wir müssen jetzt neun Zuckerpakete finden. Oh, da vorne ist eins. Okay, Leute. Oh. Jetzt lebt auch Gelb. Und Leute, von Gelb dürfen wir uns hier erwischen lassen. Ja. Das ist ja nicht schlimm, Freunde. Wir benutzen Gelb einfach mal als kleines Taxi hier. So. Wohin fliegen wir? Ich würde sagen... Oh, ich glaube, da hinten ist ein Zuckerpaket. Okay. Und wir müssen jetzt abstringen. Ja. Okay. Sehr gut. Aber, Leute. Ich glaube, hier war irgendwo Cyan. Oh, mein Gott. Cyan. Ah. Nee. Da gehe ich lieber doch nicht lang, Freunde. Wir gehen einfach mal hier lang. Okay. Ja. Ja, Leute. Mein erstes gesammeltes Paket. Endlich, Leute. Wer will Zucker? Obwohl, Leute. Ihr braucht keinen Zucker. Ihr seid auch so zuckersüß. So. Gelb. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich muss nur ganz kurz hier mein Paket hinbringen. Oh, mein Gott. Blue. Wo kommt der denn her? Ei, ei, ei. Wir gehen einfach mal hier runter. Ist hier unten vielleicht noch irgendetwas? Nee. Ich glaube nicht, Freunde. Oh, mein Gott. Da ist jetzt noch Cyan. Alter. Was geht denn jetzt hier ab? Ähm. Blue. Ich hoffe mal, der lässt uns hier raus. Okay. Sehr gut. Hier uns fehlen auch nur noch vier Zuckerpakete. Hm. Wo war ich noch nicht, Freunde? Ich glaube da hinten, oder? So. Hier vielleicht irgendwo. Oh. Sie hat ein Zuckerpaket gefunden. Oh, Leute. Ihr Skin ist ja mal richtig cool. Hä? Die Mütze passt auch richtig gut hier mit dem Lami-Merch zusammen. Und das Lami-Cape. Wow. Also wirklich hier 10 von 10 Skin. Auch hier der von Dustin. 10 von 10. Und Moment mal. Sein Skin ist auch eine 10 von 10. Ey. Zeig mal dein Skin. Ja, ja, ja. Oha. Sehr, sehr fresh. Ich küsse wirklich eure Herzen dafür, dass ihr immer den Merch tragt oder auch das Cape. Leute, die sind wirklich die Besten. Und Leute, ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen hier. Wartet mal. Ist hier vielleicht jetzt noch ein Zuckerpaket drin? Oder nicht? Hallo? Zuckerpaket? Nee. Ich glaube, hier ist keins, oder? Hm. Okay. Freunde, es fehlen auch nur noch zwei. Vielleicht sollte ich mal... Ähm. Ah. Ich weiß, wo ich suchen könnte. Vielleicht hier auf der Fahrbahn. Sui. Leute, ich bin hier wirklich der beste Kartfahrer in ganz Rainbow Friends. Und Moment mal. Schaffe ich es, das Milchchen zu überholen? Ja, ich schaffe es. Oh mein Gott. Hä? Ey, ey. Kein Unfall bauen. Okay, Leute. Ich glaube, wir sind wirklich genug Kart gefahren. Und was sagt der? Lami, du Noob. Verlierst immer. Ey. Was willst du denn damit sagen? Oh mein Gott. Guck euch den mal an hier. Ah. Willst du etwa kämpfen, oder was? Komm mehr, mein Freund. Ich kämpfe mit dir. Und Moment mal. Stimmt, Freunde. Wir haben was ganz vergessen. Den Cape Check. Oh mein Gott. Aber warte mal. Den können wir nicht hier machen. Wo ist eigentlich der Rest von der Lami-Army? Sag jetzt nicht, der Rest von der Lami-Army ist schon tot, oder? Oh mein Gott. Nicht im Ernst, oder? Es fehlt auch nur noch ein Zuckerpaket. Und ich glaube, ich sehe es jetzt durch die Wand. Es ist da ganz hinten. Leute. Wir laufen mal da hin. Also, ich glaube, Banani-Naldo holt es auch schon, oder? Ja. Banani-Naldo. Sweet. Okay. Dann gehen wir einmal zurück, Freunde. Und dann haben wir auch schon diese Stage geschafft. Und ich glaube, dann müssen wir nur noch eine Stage machen. Und zwar die mit der Achterbahn, Freunde. Und da, wo wir noch weglaufen müssen. Schreibt jetzt auch mal gerne in die Kommentare, wie oft hat die Rainbow Friends eigentlich schon gewonnen. Ich muss aber auch wirklich sagen, das Ganze zu gewinnen ist gar nicht mal so schwer. Also, Freunde, ihr seht es. Wir haben es easy peasy geschafft mit der No-Karton-Challenge. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal. Freunde. Okay, wir wurden irgendwie teleportiert, hä? Okay, Leute. Wir haben nur noch 50 Sekunden Zeit. Aber wir machen hier mal ganz schnell den Cape-Check. Okay, Moment mal. Sie hat es. Er hat es nicht. Oh, Mann, ey. Obwohl er sogar Core-Blocks hat. Moment mal. Er hat Core-Blocks, aber kein Lamy-Cape. Oh, Mann, ey. Kleiner Frechdachs. Okay, wir sitzen jetzt hier schon in der Achterbahn drinnen. Aber wir können weiter noch hier den Cape-Check machen. Okay, das denn hier vor mir hat auf jeden Fall das Cape. Und der da vorne, was macht der da an seinem Wagen? Oh, Mann, ey. Joey, Leute, lasst alle einen Daumen nach oben da. Okay, Freunde, der hier hinten. Moment mal. Ja, er hat auch das Lamy-Cape. Ja, sehr gut. Und ich hoffe mal, hier vorne die auch. Okay, sie hat es nicht. Bananinal, du hattest. Das Kit hat es nicht. Daniel GHG hat es. Das Mädchen hat es. Dieser komische schwarze Sieg oder was auch immer er ist. Er hat es auf jeden Fall auch. Die Sleechin hat es auch. Okay, ja, ja. Dani da hinten hat es auch. Also, ich glaube, in diesem Video haben sehr viele das Lamy-Cape an. Ich glaube, nur zwei, drei Leute haben es nicht an. Also, an die zwei, drei Leute. Leute, kauft euch auf jeden Fall das Lamy-Cape, Mann. Okay, und Freunde, es geht jetzt los mit der Achterbahnfahrt. Ey, Zion, willst du mitkommen? Zui, let's go! Ey, Leute, ich muss wirklich sagen, diese Achterbahn-Stage ist echt cool gemacht. Aber auch ein bisschen zu einfach, oder, Freunde? Ich hätte mir gewünscht, dass es hier irgendwie ja eine schwerere Stage ist. Weil, wenn wir ehrlich sind, dann ist Rainbow Friends wirklich nicht so schwer. Also, das kann man easy peasy durchschaffen. Auch wenn die Map hier echt, echt cool gemacht wurde. Also, 10 von 10 Map. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen zu leicht, oder, Freunde? Was meint ihr? Findet ihr Rainbow Friends schwer oder zu leicht? Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wir düsen hier erstmal weiter. Zui! So, hier sehen wir nochmal die ganze Map von oben. Echt freshe Map. Und jetzt geht es hier nach unten. Let's go! Oh, mein Gott. Freunde, ich würde auch einfach mal sagen, wenn diese Map veröffentlicht wird, dann kann man auch hier in diesen Orten einfach Highland Seag spielen. Ich glaube, das wäre richtig lustig, wenn wir ein Video machen, wo wir auf der ganzen Rainbow Friends Map Highland Seag spielen. Ich meine auch hier unten und so. Und, okay, Yellow hat uns nicht bekommen. Wir sollten jetzt auch gleich am Ende sein. Irgendwann fallen wir jetzt, glaube ich, nach unten. Ja, ich glaube, nach vorne, oder? Ah, nee. Jetzt kommt erstmal Cyan. So. Und jetzt landen wir im Müll. Kann das sein? Ja, Leute, ab in den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll, 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 Müll. Oh, Zui! So, angekommen bei der letzten Stage. Jetzt müssen wir nur noch abhauen, Freunde. Und das vor zu Jahren. Ich glaube, der fällt jetzt auch hin. Ey, Dani, was macht der da unten? Der macht einfach den Sassy-Tanz. Oh, mein Gott. Okay, Freunde. Wir müssen laufen. Oh, mein Gott. Und sie schreibt hier noch beim Laufen, hab keine Robux. Oh, mein Gott, Leute. Soll ich ihr jetzt beim Laufen etwa Robux schicken, oder was? Nein, nein, nein. Erstmal schaffen wir die Stage. Und danach schicke ich ihr gerne ein paar Bubux. Oh, mein Gott. Aber ich glaube, wir sollten es schaffen. Ich hoffe mal, die schaffen das auch noch hier. Ei, 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 ei. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp hier. Aber, Leute, wir haben es easy geschafft. Let's go. Oh, mein Gott. Da wurde gerade wirklich noch jemand geschnappt. Am Ende. Oh, mein Gott. Nicht im Ernst, oder? Okay, Leute. Können wir hier durchgehen? Äh, hallo? Wo bin ich? Ich will auch da durchgehen. Guckt euch den an. Der macht hier wieder den Sassy-Danz. Oh, Mann, oh, Mann. Aber, Freunde, das war es auch schon. Wir haben Rainbow Friends Chapter 2 durchgespielt. Wie findet ihr das Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare. Für mich ist es trotzdem auf jeden Fall eine 10 von 10. Auch wenn ihr wisst, das Spiel hätte ein bisschen schwieriger sein können. Aber, naja, trotzdem echt cooles Spiel. Und, Freunde, wenn ihr im nächsten Video dabei sein wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall auf meinen Discord-Server kommen. Und mit etwas Glück bist du dann auch morgen im Video dabei. Aber, Freunde, das ist auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Und, Freunde, jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken. Oder rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Das müsst ihr auf jeden Fall beides getan haben. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und... Ciao!